Leute, ich hab alle hier Obst genommen, wie Listix Zone Wars und ja, gönnt euch einfach. Wer hat euch den überhaupt gekauft? Ey, pass auf, wie sind die große Schlesien gewesen? Die Leute besser als Spaceway. Al, wenn du dich einmal zeigst, alle wollen auf die Strain. MTCP! Ein 31er, ein 31er zu geben? 2. Oh, das ist ein Rote Lava. 3. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. NCCT! Junge, kommt es nicht auf mich! Ich hab jetzt alle meine drei Flüssigkeiten! Ich hab jetzt genau gewollt! Ha! Ich hab die Paprika gemacht aus! NCCT! Was geht? Was geht, Irine? Ich geb dir einen Sechziger! Also tschu! Boah, jetzt hält es auf! Jetzt gehörner Mann auch rein! NCCT! 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 NICHT! 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 Eine Sekunde, wo ist nach oben? Hier ist About-Auswahl. Habt ihr getieft, oder was? Habt ihr getieft, oder was? Nein! Dann sagst du an About-Auswahl sehen. Ja! Ja, ich hab nicht alles abgeteckt. Nein, 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 nein. Boah! Wär das ein Headshot, Digga! Was sind die alle so schlecht, ja? Gegen diesen Gegner stirbst du? Jorden, sei mal, ich hab nicht verpasst. Nein! Boah, Digga! Ich geh gleich stärker 3 und lass dieses Video hoch. Realistisch. Alle aufs Leben. Hä? Ihr gebt mich nicht rück, da schießt ihr sicher. Bondslets, da ziehen ihr Habis. Ich bin leer, aber jetzt fehlen alle auf mich. Ja, was hab ich verschandelt haben? Nur weil ich erster Platz bin? Du ist schlecht, Mama! Ich bin jetzt vielleicht auf. Guck mal meine Punkte an. Guck mal deine Punkte an. Guck mal meine an. Guck mal deine Punkte an. iy du bist nicht mal so auf das Ding brutal. Ach du- Ach du甚麼 auch haben? Du bist nicht, was das singt Bruder! Ach du glaubst oder nichtsfin mencionieren wird? Du glaubst nicht mal aus. Und du, dass die da hin und dann kommt. Oh, das Galaxy-Skin! Alle Fische hier schnell kennen! Ja, Bruder, wie schloss das? Wo bist du? Da, wo du noch nie in dein Leben hast. Bei dir zu Hause! Na, Schüttung? Na, gib mir doch diese Scheiße da! Ich geh da hin. Ja, ich geh da hin. MTCB! Glauben Sie noch? Ja! Geh! 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 Lass mich vielleicht bestücken! Ich hab 5 Gehirnsfahrt gemacht, Bruder, was los? Alle haben auf mich am Anfang gestrayt, du hättest einfach alle Hotschaftsreden. Hättest du schon am Anfang Abend zugekickt, ne? Oh mein Gott, du weißt nicht vorher. Du wärst safe, du ausgerattet, genauso wie ich hab ausgerattet. Ich seh dich. Ich bin einfach gerade im Busch-Busch-Busch. Ich bin auch im Busch-Busch-Busch. Ich bin also grad wie jetzt im Busch-Busch-Busch. Du bist nur grad gut. Ich hab erstmal alles runtergeballert, Digga. Ich hab alles runtergeballert. Maschallah, mein AIM. Hier gucken immer alle Leute zu, weil ich erstmal Platz geh. Was dann? Im Busch-Busch-Busch-Busch. Du bist schon am Anfang. Ich bin auch immer wieder. Ich bin auch immer wieder zu. Ich bin auch immer wieder zu. Ich schitte jeden! Was? 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 Ich schitte die ganze Zeit jeden! Ich hab jetzt 8 Kills grad gemacht in dieser Runde! Ich hatte ein typische Woodshot! Das ist der Tor! Ich bin da nicht in der Beschneid! Die werden dann alles in die Hände geklebt, oder? Auf jeden Fall werde ich gekleppt, ich habe High-Word. Nur die Sache ist, ich habe halt nicht viel entspielen. Man kann das alles nachhaben, weil ich die ganze Zeit in der Schütze. Ich habe diese Runde 18 Kills gemacht, ich habe jetzt insgesamt 18 Kills, Junge, der zweite Platz hat drei Kills. Zweiter Platz hat drei Kills. Ich bin gerade eben da drauf, habe ich auf jeden Fall auch gar keine Bock. Ich bin gerade auf jeden Fall, ich bin gerade auf jeden Fall. Ich bin gerade auf jeden Fall, ich bin gerade auf jeden Fall. Ich habe nicht die Kills, du bist genau neben mir gespawnt. Sag mal ehrlich, Jan, ich habe mich richtig schlafen. Was kommt da zu dir? MTCB! Aber wie musste man noch ein Wetter, als er einmal einfliegt? Was kommt da zu dir? Ich habe mich richtig schlafen. Das ist immer noch nie. Ich habe mich richtig gelesen. MTCB! MTCB! Ich habe mich wirklich gelesen. Ich habe mich richtig gelesen. Die Ämpfeln schwimmen besser. Was? Oh mein Gott, wir schiffen noch Gewinne. Ich habe bis jetzt in jede Runde gewonnen, also halt dein Friss. Aber wie muss ich das eigentlich sagen? Das ist ein Verbrüßung mit Eier, weil meine Papage nicht. Also nicht Öl. Die waren so Öl. Der Runde war zu Öl. Der Runde war zu Öl. Der Runde war zu Öl. Das ist ein Verbrüßung. Der Runde war zu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020